hallo hallo willkommen bei SOMCUT heute spielen wir easel of asyrian man sieht es gleich gleich ein hinweis ne Achtung Streamer so irgendwas mit OBS als Illustrator und ja das kann man auch nur machen wenn man wirklich OBS offensiv PC hat ich habe es nicht das ist mir zu unsicher beziehungsweise was heißt unsicher aber ja es ist zu viel kostenintensiv und da bräuchtest du ein High End Rechner und so brauche ich halt nur einen Rechner um spielen und dann reicht das so von Anfang an die ja das ist schon mal gut das ist schon mal ja die Einstellung ist schon mal komplett andere Auflösung ja die ganze Inklusion ist gut Wegungsanschärfe raus okay blühen es ist Blumen okay ist alles schon mal raus das Spiel kennt mich das weiß ganz genau dass ich das nicht mag das ist schon mal gut okay den Rest lassen wir alles hier so zurückkehren zurücksetzen oh ganz gefährlich also zurücksetzen zurückkehren so mal prüfen was alles drin ist jetzt okay ganz gefährlich okay wunderbar nah dran okay ich bin nah dran okay ja das war's hier Anfang okay Anfang der Rücken also ich weiß nicht warum viele Publisher oder Gaming Studios einfach nicht den anständigen Übersetzer suchen das ist ja grauenhaft alles nur über die Deep Deep L oder Google Translator sind scheiß ja es ist weiß ich nicht Beck der Rücken was hat der Rücken mit dem hier zu tun das muss doch einem klar sein so dass Beck zurück heißt und nicht der Rücken vor allem im Spielen nicht das verstehe ich nicht aber egal gut äh neuer Charakter okay so was bist du hier Mensch Rennen auswählen alles klar so wir sind ein Mensch ein Elf Zwerg oh euer Gnom die werden ja mal kleiner Fee Engel Dämon okay ah hier drüben steht so Menschen haben keine Vor- und Nachteile und das war ja klar dass wir Menschen wieder keine Vor- und Nachteile haben ja Elf Elf sind agil und können aus großen Höhen fallen ohne Schaden zu nehmen sie können Gesundheit und Wanda schnell generieren nehmen aber kritische Schaden gibt psychische Angriffe okay äh genau wir können auch männlich noch nehmen okay Zwerge sind großartige Handwerker und können Ressourcen besser ernten als andere Rassen sie erleiden weniger Schaden durch psychische und magische Angriffe haben aber das niedrigste Wanda und die geringste magische Kraft also ist eher so Angreifer okay Gnom Gnom haben die stärkste Magie aller Rassen aber auch die niedrigste Grunde hat und sind die langsamste alle Rassen okay so Fee oh mit Flügel das ist ja süß das ist ja echt süß Feen haben die zweitstärkste Magie und den zweitgrößten Magie aller Rassen sie können nicht im Regen fliegen und Schaden nehmen wenn sie versuchen zu schwimmen Feen allein auch durch psychische Angriffe kritischen Schaden okay also alles hat seine Vor- und Nachteile ne das ist eher Magier Klassen Gnom und Fee sind so eher Magier Klassen Engel haben die schnellste Gesundheit Regulation aller Rassen sie leiden beim Fliegen Schaden durch was sie allein beim Fliegen Schaden durch schwimmenden kritischen Schaden durch psychische Angriffe okay das ist natürlich nicht so gut ne ja also für Dings so für Nahkämpfer wäre schon Zwerg gar nicht so schlecht ne die sehen muss ich ehrlich sagen irgendwie auch am ansprechendsten aus hier die Zwerge keine Ahnung oder wenn er einfach Mensch Mensch habe keine Vor- und keine Nachteile wir machen einfach Mensch so Schiff erstellen Charakter heißt Schiff das ist ganz komisch Renndetails oh Mann ey also ich kann mich jetzt schon freuen auf eine ganz tolle Übersetzung äh Hairstyles okay ja sieht schon ein bisschen komisch aus okay gibt gibt Schlimmeres ne nimm mal das hier keine Ahnung so von Charakter hätte man schon ein bisschen noch mehr machen können finde ich oder Skin Color ach so was das Augenfarbe ah das Augenfarbe okay so zack okay wir benennen uns natürlich so wie immer so mal so Schiff erstellen los geht's menschlich Level wert so mal okay ich mein es ist noch eine Beta-Version aber ich muss halt sagen selbst in der Alpha-Version sind manchmal die Übersetzungen schon besser gewesen weiß nicht ein Appell an alle Entwickler da draußen stützt euch nicht so auf diese Deep-L-Dinger und sowas alles keine Ahnung holt euch einen Deutschen ja der gut Englisch kann und gut das kann äh und dann lasst ihn das übersetzen dann gibt ihn halt was weiß ich weiß ich so 200 Euro 300 Euro im Monat oder so keine Ahnung das wird ja wohl jedes Entwicklerstudio haben aber dann ist es wenigstens vernünftig so weit lang ago with the demise of the elemental god the crystal that bound the elements together shattered and the fragments scattered across the isles infusing the land with elemental energy the nine elements fire earth, wind, water, wood, lightning, crystal, demonic and injuric have been fighting for dominance ever since each seeks the remnants of the crystal shards to bolster its power and finally consume the other elements those who survive able to wield the power of the crystal shards devise the plan to seek help from the beyond by becoming a vessel one could travel the isles gather the shards face the elemental demigods and fuse the crystal back together bringing peace to the isles once again okay also es wird wohl irgendwo welche kristalle gehen die wir schmelzen können und irgendwie gibt es neue elemente und die sind wohl alle so im gegensatz so die sind so irgendwie haben wie eine art krieg oder sowas keine ahnung und ja oha 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 ist das casting modus das das für geräusche junge alles klar ja glaube ich sollte das mal schließen so hat doch ja mehr ressourcen für sich so ok da sind wir aha sehr bunt sehr erfrischend ok wie haste wir gucken mal links ist angriff scheint wohl nahkämpfer zu sein rechtsklick was ist das aha ist das wohl irgendein modus keine ahnung ok gucken wir mal hier f f loot ok beute also darf man alles einsammeln mit f gut wer bist du hallo du da drin wer bist du ha ich bin für jede star song brauche dringende helfe ich bin in einen magischen kristall gefangen ach echt das hätte ich jetzt nicht gedacht der kristall ist nämlich der magie verbunden kann nur zu schmitt werden den man beiden wächter besiegt die mich versiegelt haben wenn du erfolgreich bist werde ich die unsterblichkeit gewährt eine unvergleichliche belohnung das ist doch nett so ich wurde in diesen kristall von denen gefesselt die meine kräfte suchen ich war einste elementargo dieser welt aber diese macht wurde mir gestohlen nachdem ich besiegt wurde wurde ich in diesen kristall versiegelt und blieb über 10.000 jahre dort wer hat deine kräfte gestohlen die sterblichen die auf feurigen metalldrachen auf diese welt kamen mein körper zerbrach im sogen ihrer macht in viele fragmente ok sie teilten diese macht unter den anführen ihres folges auf wobei jeder ein element für sich beanspruchte aber mit der zeit trieb meine macht sie in den wahnsinn und sie zerstörten die welt in blinder wut jetzt sind sie nur noch sklaven derselben macht die sie kontrollieren wollten alle kämpfen miteinander um der neue elementargo zu werden aber im schatten laut eine größere bedrohung der wir uns stellen müssen sonst ist wirklich alles verloren ok gut wie zerstöre ich die barriere sie müssen den boulder zaubern und dann den chain blitz zaubern wirken aha alter das finde ich immer echt krass wenn du grad mal reinkommst so und es leckt schon alles tutorial zauberweben ok in ihrer hotbar gibt es zwei zauber sprich ein ist felsbrocken ein behälter zauber und der andere ist kettenblitz ein projektil zauber sie können diese beiden arten von zauber sprich kombinieren indem sie zuerst in zauber container wirken drücken sie 1 und anschließend den zauber projekt hier drücken sie 2 dadurch entsteht ein blitz felsen der die barriere beseitigt die ihn den weg versperrt aha habe es ok gut also zuerst den und dann den habe ich habe ich jetzt okay das klappt noch nicht so ok ähm ja irgendwas und mitar ist großräumig ok wo alte schwert ich das ja auch immer ausrüsten nein ich kann doch nicht mal hier rum lenken ich kann doch nicht mal sortieren ok ok alter ok binde dich an diesen kristall f ok hab ich ok passiert immer nix keine ahnung ok jetzt setze ich den ein zack keine ahnung tut sich immer nix wo ich denn machen muss ich jetzt weiter laufen oder was ja wir laufen einfach weiter was ist das hier alles glänzt hier da ist ein gegner ok cool das war es schon boah wieder alles so laut leon spell tornado was ist das hier ok i ist das ne k bestimmt ne k ist verbrauchsmaterial l l ist das hier ok was ist das tornado beschweren tornado ok ziehe ich mir jetzt hier rein feuererde ok ah es gibt verschiedene elemente ok die kann ich wohl alle beherrschen also doch nix hier mit irgendwie krieg oder sowas ok also es wie so eine art elementar spiel so zauber spiel ok ist das beute was hat er mir gegeben holz holz holzbrett ok sowas was kann ich jetzt hier noch machen oha ok das ist dann das da unten für eine anzeige ok ok und jetzt was soll ich jetzt machen einfach weitergehen oder was you may need to dig the target location wie was was das für eine target location hier ist doch keine target location da kann ich das kaputt machen hier keine ahnung keine ahnung ich habe keine ahnung gehen wir einfach weiter so das ist sprinten ok verbraucht wo auch automatische speicherung ok ok grafisch wieder irgendwie ganz schön bunt viel vegetation viel zu viel meiner meinung nach boah leck boah was ist das denn was bist du denn für ein Vieh Feuerball oha da pluppt wieder irgendwas auf ah wenn ich die Viehe töte kriege ich wohl denen ihre Fertigkeiten verstehe Feuerball ok krass so ein Feuerball Junge haha ok also was ich schon weiß das soll wo wuckel passiert sein dieses spiel hier und deshalb geht auch hier die ganze erde kaputt gut da da also man kann wo richtige Löcher hier rein schlagen oh Lavacron bildet marcio damage ok alles brennt wohl hier aber es zeigt nix an ok dass da was drauf ist alles klar gut was ist das hier umweltinteraktion also muss ich das bestimmt ähm Feuerball verwandt ok bums 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 ok ok was ist hier ok kann ich einfach so durch barriere deaktivieren kristallspieler sind normalerweise durch eine barriere geschützt um die barriere zu deaktivieren müssen sie einen schalter finden diese finden sich normalerweise in der nähe des orts der kristallscherbe aha also ich finde es ja okay mit zu anleitungen aber irgendwie weiß ich nicht das ist jetzt kann ich dir hier so wirklich habe ich gerade eis hingekriegt das ist ja lustig tatsächlich er macht irgendwas das drauf und dann müsste es eisklumpen werden oder auch nicht ja keine ahnung keine ahnung was ich hier machen soll das ist echt schon bisschen kompliziert angestellt muss ich sagen ok wir gehen einfach mal weiter vielleicht findet sich irgendwas keine ahnung viel vegetation tötet spinnen oder zerstört spinnen eier ok wo sind sie denn die viecher wo ist das für ein licht ey was mit der tötet spinnen oder zerstört spinnen eier ja wo sind die denn was ist das für ein licht ey oder total krass spitzhacke viele zahlschule gehen schon monstern können das gelände verändern um eine spitzhacke das werden drücken sie die i-taste um den inventar zu öffnen drehende da feststellt hast du drücke kaps ok ach so muss ich wahrscheinlich ausrüsten gott also kaps ah und dann kann ich wohl hier alles ok da kann ich richtig terraforming betreiben hallo interessant hallo oh was denn hier passiert riesenloch hier stehen sie einfach alle oh was ist denn hier los warte besprechen wir mal mit dir ich freue mich riesig eine pause vom bastel zu bekommen köstlichen mittag zu gönnen ich möchte unbedingt eine pause von einer heilung kranke und verletzter menschen anlegen meine körper mit einer nahhaften mahlzeit ernähren die wollen wohl alle dings haben ganz kaum gehabt mit der ist noch energie zu tanken gehen die wollen mittag essen ok keine ahnung also wirklich wäre ich ja nicht schlüssig was ich machen muss gibt es hier kein quest lock oder sowas denn mal hier hat man noch mehr einstellungen ok so natürlich musik runter zack alles klar kontrollen blablabla ok das ist nicht weiter auswirkungen die ls habe ich eigentlich gar nicht mach mal auf auto spiel speichern so ok die lichteffekte sind ja krass so was willst du vermehr ich bin eine schwester des siebten kreis der die kraft der kristallerholung verlieren wurde ich kann ihnen helfen wenn sie heilung auf ihre reise brauchen für einen preis welcher preis 1000 gold ok gespräch ben will nicht ach da wie hoch kann ich da wie hoch kann ich da bitte wie hoch kann ich da bitte schön springen tsch bauchplatscher ich komme krass alles klar was ist das ja und dieser dieser lichteffekt also ich weiß nicht was das soll ich klatsche das einfach mal alles auf epik und dann will ich sehen wie das aussieht hier es hat sich einfach größenteil nichts verändert was ist das für ein lichteffekt junger oder weiß ich nicht machen wir jetzt alles auf low das ist der schatten das ist der schatten der so rumspinnt also Minium solltest du noch ein bisschen in deinem schatten arbeiten hier ja erst ab high spinnt da rum ok oha ok einfach mal alles auf low guck mal das sieht teilweise echt besser aus als wie wenn ich einen schatten habe also das wirkt alles so grün oder das ist echt krass ich glaube schatten ist irgendwie kaputt oder es wirkt alles so grün ok gut was soll ich denn jetzt machen ich habe keine ahnung main story quest jetzt kommt erst every town is based on a specific element in a version of way can be found each given your quest to find shards in the area ok so und jetzt schreienwächter wir treffen uns wieder so mai ok ich brauche deine hilfe um die kristall zurück zu sein die meine kraft enthalten sagen sie mir wo ich sie kristall spiel darf befinden fürchte dich nicht ah jetzt kriege ich meine erste quest fürchte nicht tapfer abdeutern ich werde dir bei deiner suche helfen einige der frappente sind möglicherweise in geheimen kammern oder der erde versteckt und sie benötigen möglicherweise eine spitzhack oder erdmagie um sie zu erreichen da einige bereiche keinen eingang haben ok zerstöre käfige tötet terror klacks nicht ok gespräch beendet gut alles klar ah hier j ist kristall erleuchtung der kognitiven der vergessenen ruine finde kristall splitter der sich dort befindet nee das sollte doch nicht abbrechen oh junge nehmen sie wieder an so jetzt jetzt habe ich sie wieder ok oh guck mal hier jetzt ganz viele unicorns ok ganz viele leute zum quatschen was mit dem pferd kann ich durchlaufen ok sein kristall zu binden aber die hat dann nochmal an so ne quest ok ok ach da unten muss ich hin so ok also es ist sehr gewöhnungsbedürftig ok jetzt muss ich mich irgendwie durchgraben das wurde der kristall activate hold hold so und jetzt activate schreien ja habe ich doch gemacht ah jetzt ja wo bin ich denn jetzt ach du ach das ist mein häuschen taunen portal ok das ist ja eine interessante hütte kann ich nichts machen ok da was für ein riesen bett junge das ist ja ein 5 meter bett also so ein bett hätte ich auch gerne krass ok also es ist wohl so eine art mein häuschen hier ok jetzt wird es plötzlich dunkel alles klar hier ist also mein häuschen wenn ich das zerstören holzelemente zerstören in diesem bereich könnten holzelemente holzelementare auftauchen ok also ich kann dir alles sagen ok ok ist die frage ist ob die spitzeige eine haltbarkeit nö ok also man kann ja richtig schön terraform hier begeben und jetzt muss ich zum beispiel da runter graben irgendwie los geht's aber irgendwie trau mich nicht voran oder doch zack wasserlementare können in diesem bereich auftauchen ok oha jetzt habe ich irgendwas gefunden zack hollöchen ich bin da wer noch ok so klettern kann er auch noch interessant sonst bin ich hier einfach runter gestürzt keine ahnung wo es hier weiter geht jetzt kommen hier wohl die gegner hallo ne doch nicht es waren Vögel ok ok ah da bin ich hochgelaufen alles klar da bin ich doch glaube ich vorhin gewesen stimmt hier ah wurde jetzt frei gemacht ah jetzt jetzt ich sollte noch gar nicht hin jetzt erst bin ich hier richtig ok ok so jetzt muss ich hier irgendwas pullen und jetzt collect shard crystal shard founded ok alles klar ja haben wir unsere ersten christen shard gefunden um die fertigkeitspunkte zu verbessern drücken sie im charakter fan zu öffnen und oha und klicken sie auf das plus zeichen neben den attributen die sie verbessern möchten sie können ihre zauber auch verbessern die sie taste l drücken auf den zauber klicken die sie verbessern möchten und dann eine verbessern auswählen und die punkte zuzuweisen ok ok also l weil der feuer war natürlich nicht schlecht ne aber wie kann ich das machen wie kann ich das machen ok weiß ich das so richtig ist irgendwie scheint der wohl nicht sich zu graben zu können oder ist keine ahnung hier wackelt nur alles ok also irgendwie hier k ne l was soll ich hier machen tiefer befinden den kristallspiel der sich dort befindet achso jetzt muss ich zurück gehen aber ich hab doch schon hier hm tut sich noch gar nix keine ahnung ja was machen muss keine ahnung zock hm naja gut gehen wir zurück zu der zu der ollen da können natürlich jetzt hier hoch kram aber ich weiß nicht mehr wo das loch war daher machen wir den normalen weg oh wer bist du denn freut mich darauf wenn mein hunger meine marze stünde ja ein krieger würdig ist ich glaube der gehörte da nach oben der hat sich ein bisschen hier nach unten gebackt ok also ich sehe hier ist noch einiges zu tun hm die will tausend gold hab ich tausend nö ich hab noch gar nix ok jetzt sind die ja alle weg oh das ist alter also ich finde das ja okay dass das hier so so terraforming ist aber ich glaube so bestimmte orte sollte man vielleicht nicht terraformen lassen das sieht halt schön doof aus ne und das mit den schatten das finde ich auch ein bisschen weiß ich nicht bisschen komisch wenn wir die ganzen lichte ich glaube das soll irgendwie nebel darstellen ne aber also dass es den entwickler nicht selber stört verstehe ich nicht ja gut ok so geschafft ja ich hab ihn doch geschafft ach jetzt so muss zweimal antricken dreimal klicken keine ahnung irgendwie ist das so so jetzt weiter gar nicht ok das war's gut ja das war unsere erste quest ok das war unsere erste erfahrung mit dem spiel ähm ist ganz schön gewöhnungsbedürftig muss ich sagen äh es sieht einigermaßen okay aus bis auf diesen blöden schatten bug da kein anderes ist bestimmt ein bug äh ich denke mal da muss noch einiges gefixt werden ich denke mal da sieht das ganze auch ein bisschen ansprechlicher aus ähm ja also man sieht man man hat hier viel gearbeitet mit schatten ne das schatten sehr sehr viel ausmacht von der grafik und ja so terraforming finde ich eine coole sache wenn sie dann auch gut eingesetzt wird ähm ja muss ich mal gucken äh das sehen wir dann bei der nächsten folge äh wie das alles noch so weitergeht und ja wie gesagt vergesst nicht zu abonnieren wenn euch das so gefallen hat wenn ihr davon mehr noch sehen wollt macht kommentar drunter äh gibt ein like drauf und abonniert uns und genau dann sehen wir uns zum nächsten Video macht's gut Tschüssikowski Peace Outro